Dann gehen wir zum B Dann fährt er auf die nächste Rude Der Logo, der ist vom Test Ey, da ist noch einer hinten im Raum Ich schwöre, ich dachte dieser Typ hat ihm ein bisschen Schaden gemacht, aber dann schon hat er gar nichts gemacht Cool Da ist noch einer Da gibt es noch Hinter dir, hinter dir Ich bin die Potsdamer, die ganze Rude Ich bin die Fans von der Runde Ja, was Hä? 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 Aber sind wir nur ein Viererteam einfach? Ja Ach sooo, dicker Sag doch geil Ich dachte es sind nur zwei Teams, weil da steht die ganze Zeit Erster und Zweiter Einzelne, viele Teams Du kannst überlassen Ich Ich seh da einfach nur wie so zwei verschiedene Die einen da einfach gegeneinander kämpfen Ich denke, es geht derzeit Halt auf den Kisten Halt auf den Kistensteil Vielleicht soll ich die da schotzen, die einfach irgendwo oben auf den dänken Gebäuden sind und einfach schreiten Nein Ich bin einfach markiert Ja Nein, 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 nein Ich bin gestammt Oh shit Ja 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 Ja, die Dänen haben wieder gestorben Ja, wir sind Erster oder was? Wir sind hingekommen TOT Von wo Juhl in Kölnberg Jah Besser ist, wenn man in Gebäuden ist, weil wenn du draußen schickst, dann wirst du Ja, das ist ein Besser Oh, der eine landet bei dir. Da hab ich. Woher redest du überhaupt? Die Bombs sind alle gelandet. Nein, ich bin zu. WSB9, das ist so stupid, man. Ja, guck mal, nur Feine. Oh, 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 oben, oben, oben bei ihm. Nein. Ach, geil! Boah, wie er mich zerlegt hat, da kann man ja auch reingehen. Boah, Digger. Boah, Digger. Da hab ich schon sechsmal aus der Luft geholt worden. Nöööö. Ja. Nein! Der Schneider hier als nur renkt. Ja, okay, ist ja gut. Ist das gleich los? Hey, lass uns wiederbeleben. Weil da geht es zu sehr ab hier. Warum? Ich glaube, mein Kills hast du. Ja. Was ist das, Leute? Was ist das, Leute? Was ist das, Leute? Oh, was ist das? Digga, das ist so ein gottloser Bastard, dieser hessliche Homo, mit seinem Scheiß WSG-9-Werfitter. Ja, okay. Digga, wie schnell ich bin, so ein gottloser Bastard. Ja, die Swarm ist schon unfair, aber die macht schon Bock. Okay. Ich werde von... Wieso werde ich von hier? Ich werde von hier geschnippt. Ja, ich werde von hier. Ja, ich werde von hier. Ja, ich werde von hier. Ah, ich werde von hier. Ich benutze nie wieder eine TAC-V in so einer Range, weil Digga, dieses Swarm kann alles besiegen. Ja, ja, ja. Ach komm, wieder von hier. Ich werde von hier. Klar, klar, klar. Zeig mal bitte wie. Zeig mal bitte wie. Zeig mal bitte wie. Boah. Ja, komm mal bitte. Oh, der wir. Ja, komm mal. Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass du hier bist und ich an die Tage tiefer, du verspassete Zahler B... Ey, du da! Ey, ist das Ding, was ist denn auch drin? Hä? Was ist denn auch drin? Der ist vor dem Bein, ey, ich weiß nicht, ob der immer noch drin ist Digga, warum lag das die ganze Zeit? F*** mein Ding Oh! Oh, du Fotze, Digga! Ja! Snipe! Ich hab' nicht so gut gesehen! Digga, wieder 25 hier, das kommt noch nicht, wa? Digga, wieso gehen die runter? So schnell vorbei? Ich schwöre, ich komm' nicht mal klar auf mein Leben! Erleben, yeah, yeah, yeah! Aber nächstes Video werde ich... Ein bisschen Merkels machen, vielleicht hoffe ich kann...